Am Mittwochabend löste ein Erdgas-Austritt bei der OMV im Weinviertel einen stundenlangen Großeinsatz aus. Der Vorfall ereignete sich während Wartungsarbeiten an der Sonde Matzen 156 zwischen Auerstal und Schönkirchen-Reiersdorf gegen 20 Uhr. Über 70 Feuerwehrleute und Helfer waren mehr als 20 Stunden im Einsatz, um die defekte Leitung zu sichern und zu reparieren. Das austretende Gas wurde mit Wasser verdünnt, um eine Selbstentzündung zu verhindern, während OMV-Mitarbeiter versuchten, das Bohrloch zu schließen. Letztendlich wurde das Loch mit Zement gefüllt, um den Gasaustritt zu stoppen. Die genaue Ursache und Menge des Austrittens sind noch unklar.